Herzlich willkommen zu einem wöchentlichen Talk beim Nebelspalter. Einmal pro Woche möchte ich mir ausführlich Zeit nehmen, um mit einem interessanten Gast zu sprechen. Über Persönliches, über Berufliches, aber vor allem natürlich über aktuelle Themen. Und heute reden wir über Geld, über Turbokapitalismus und Semisozialismus, über Corona und über das Schuldenmachen und natürlich über die Schweiz. Und zwar mit Oswald Grübel, dem einzigen Menschen auf der Welt, der an der Spitze gestanden ist von beiden Schweizer Grossbanken und immer noch eine garantisch für scharfe Analyse und einen trockenen Humor. Herzlich willkommen, Herr Grübel. Grüezi. Sind Sie einverstanden mit dieser Vorstellung? Ist die adäquat? Ja, ja. Weil den Humor, den spürt man bei Ihnen eigentlich vor allem, wenn Sie nicht unbedingt in Business-Situationen sind, sondern so in einer entspannten Lage wie hier. Und dann haben Sie einen sehr tollen, trockenen Humor, den die Leute gar nicht so kennen. Das habe ich gelernt, als ich 20 Jahre in England war. Eigentlich wollte ich meinen Standardeinstieg machen und der geht folgendermassen. Herr Grübel, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht es Ihnen? Zehn. Zehn? Das ist ja hervorragend. Warum? Warum nicht? Und ich habe mein Leben lang gearbeitet, konnte dafür Sorge tragen, dass ich mich im Alter jetzt nicht umsorgen muss, sagen wir so, dass es mir gut geht. Und wir haben ein schönes Zuhause und das hat mir bis jetzt auch sehr gut gepasst, dass wir die meiste Zeit zuhause bleiben mussten. Und mit den neuen Errungenschaften der Menschheit im Internet können Sie heute von überall arbeiten und Sie wissen alles über die Welt, wenn Sie wollen. Und das ist ja, wenn Sie aus einer Zeit kommen wie ich, wo wir die Anfänge des Computers erlebt haben in den 60er Jahren, in den 70er Jahren und dann endlich die Desktops und von denen die Laptops und wie es so weiter ging über die Jahrzehnte, dann ist das heute wie im Schlaraffenland. Ich würde gerne ein bisschen am Anfang anfangen mit Ihnen, weil Sie haben eine sehr interessante Biografie. Sie sind in der DDR geboren und aufgewachsen, allerdings nur die ersten neun Jahre, aber das war ein sozialistisches System. Hat Sie das geprägt? Wie hat Sie das geprägt? Weil ich möchte nachher gerne eben, wie gesagt, auch über Geld sprechen und über Reichtum. Wie hat Sie das diese neun Jahre in diesem System geprägt? Ich glaube, zuerst, wenn Sie in einer Zeit nach einem großen Weltkrieg aufwachsen, in dem Land, das den Weltkrieg angefangen hat und auch verloren hat und das am meisten geschädigt war, auch das ist schon mal ein Erlebnis, das ich niemandem wünsche. Aber das prägt auch im Kindesalter schon die Menschen, die damals aufgewachsen sind in der Zeit. Aber absichtlich hat meine Großmutter, sie hat mir ja erzählt, das war ihr zweiter Weltkrieg, den sie schon durchgemacht hat. Und er hat mir immer wieder erzählt, wie sie immer wieder sparen mussten und dann wieder alles verloren haben. Und dann nach 1945, wir hatten einen Bauernhof vorher und so eine kleine Glasfabrik, weil in Thüringen dort, wo wir waren, war so Glasbläserei, um Thermometer zu machen und so Sachen. Das war damals das Geschäft dort und das wurde nach dem Krieg alles enteignet. Als die DDR entstanden ist und wir mussten im eigenen Haus dann, meine Großmutter nicht, wir haben nur noch ein Zimmer gehabt und alle anderen Zimmer wurden mit Flüchtlingen und anderen Leuten untergebracht. Und weil wir hatten ja nichts mehr, das wurde, das hat alles im Staat gehört und der hat bestimmt was passiert. Also es ist eine sehr lebendige Erinnerung noch? Ja, sie ist sehr lebendig, vor allem, weil meine Eltern sind beide in einem Jahr, im ersten Jahr nach meiner Geburt gestorben. Meine Großmutter war praktisch meine Mutter, meine Ersatzmutter sozusagen. Und was mich geprägt hat, vor allem, ist, wie sie mir immer wieder erzählt hat, sie hat ihr Leben lang gearbeitet und nichts gehabt am Schluss. Durch politisch, nur durch die politischen Umstände, dass es zweimal Krieg waren und wo sie nichts dafür konnten und nicht dafür, aber die Konsequenzen tragen mussten. Das ist ja immer so, irgendjemand fängt einen Krieg an, oben die Politik und dann die Bevölkerung muss die Konsequenzen tragen. Wenn man Zeitungsinterviews von ihnen liest, dann ist das natürlich immer etwas verkürzt wiedergegeben und es heisst dann, sie wollten dann möglichst schnell Millionär werden. Sie gingen zur Bank, weil dort war das Geld. Wie verkürzt ist das, wie sehr entspricht das der Realität? Ziemlich verkürzt, aber eben wie gesagt, mit diesem Hintergrund, wenn sie wirklich bei Null anfangen und wird jeder und jeder wird das haben, dass er will mehr haben als Null. Natürlich will er vorwärts kommen und einige sind dazu bereit, mehr zu tun als andere. Und vor allem in den ersten 50 Jahren meines Lebens, da gab es keinen Staat, der einem dabei geholfen hat, da war man auf sich gestellt. In den ersten 50 Jahren ihres Lebens? Ja, man musste. Entweder hat man gearbeitet und hat versucht, das Beste daraus zu machen, was man kann mit seinen Fähigkeiten oder man ist arm geblieben. Heute geht es einem viel besser und der Staat hilft ja heute vielen. Ja, wir kommen noch darauf zu sprechen. Aber das heisst, warum haben sie oder was hat Geld für sie damals bedeutet, wenn man liest, sie wollten möglichst schnell Millionär werden. Wenn man heute die Jungen fragt, tatsächlich, dann sagen viele Jungen, wenn man sie fragt, was möchtest du werden, sagen sie ja Millionär. Ja gut, erstmal heute ist Millionär, man muss heute höchstens Multimillionär sagen, eine Million ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und das ist vielleicht der falsche Ausdruck, man wollte unabhängig werden. Und das war während meiner ganzen Berufskarriere, war mein Wunsch immer und ich will unabhängig sein. Ich will in einem Unternehmen arbeiten, in dem ich arbeiten will. Ich will mich von niemandem zwingen lassen, etwas zu tun, was ich nicht tun will. Und dazu müssen sie unabhängig sein. Und unabhängig, zumindest zu meiner Zeit war, dass sie genug Gespartes oder eben genug verdienen, um diese Unabhängigkeit zu haben, zu sagen, nein, das passt mir nicht, mache ich nicht mit. Gut, ich möchte eigentlich gerne zurück zu dem Grundthema von, wie sie aufgewachsen sind und ihre Einstellung zu Kapitalismus, Marktwirtschaft und dem Staat, der immer grösser wird. Wir haben diesen neuen Begriff des Semisozialismus, Kaspar Filiger, den Sie gut kennen, hat vor kurzem wieder geprägt, dass wir im Semisozialismus leben. Das ist ja für viele nicht ganz verständlich, wenn wir jetzt sehen, jetzt sprechen wir über diese spekulativen Instrumente, über unglaublichen Casino-Kapitalismus. Was ist gemeint mit Semisozialismus? Also erstens, weil die Spekulation hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Die Spekulation gibt es in allem. Und im Sozialismus und im Kommunismus, die spekulieren eher mit Esswaren unter Umständen, weil sie laufend am Verhungern sind. Aber Spekulation hat weder mit Kapitalismus noch etwas mit Sozialismus zu tun. Wenn Kaspar Williger sagt, natürlich, wir leben in einer Art Semisozialismus, wie sie gesagt haben, wenn er das sagt, ich habe es nicht gelesen, dann hat er vielleicht recht, dass wir, wir sind weg vom Kapitalismus, der uns, der Kapitalismus hat uns in den letzten 70 Jahren auf den höchsten Lebensstandards in der Welt gebracht, den wir uns vorstellen können. Das einzige Problem ist nur, wenn man auf einem hohen Lebensstandard ist, geht es meistens hinterher nur abwärts. Das war bei den Römern so und da hat es zwar länger gedauert, das war bei den Griechen so und so weiter. Wir scheinen da scheinbar, wir sind da lernresistent, wir wollen da nicht lernen. In dem Moment, wo immer wieder Sätze kommen, wir sind reich, wir können das uns erlauben oder wir sollen das machen. Wir sind, ich habe noch nie so oft gehört, wie in der Schweiz, in das reichste Land der Welt, wie in den letzten paar Jahren. Wir können uns das leisten, ja. Der Spruch kommt auf einmal am laufenden Band. Wenn Sie so etwas hören, würde jeder Soziologe sagen, in ein paar Jahren könnt ihr das nicht mehr sagen, weil ihr werdet nicht mehr reich sein. Das ist genauso, wenn man an seinen eigenen Erfolg glaubt und dann wird man irgendwie nachlässig, weil man kriegt das Gefühl, man weiß ja, man muss nicht mehr machen, man muss sich nicht mehr so anstrengen, weil es ist sowieso da. Und das funktioniert nicht. Glauben Sie, dass die Schweiz hier auf einem Kurs ist, wie soll ich sagen, wo sich viele etwas täuschen, der eigentlich ein Kurs ist, wenn man wichtige Indikatoren anschaut, unsere Wettbewerbsfähigkeit hat ein wenig nachgelassen, die Standortqualität hat nachgelassen, die Staatsquote ist eben relativ mittelhoff. Ja, es hat alles etwas nachgelassen, aber es ist immer noch besser als in allen Ländern, von denen wir umgeben sind. Nur, ich finde eben das Risiko, dass wir eingehen, dass wir ausgerechnet den Ländern, die schlechter sind, als wir an und beitreten wollen und uns enger verwandeln wollen mit ihnen. Und dann werden wir unweigerlich eines Tages auf dem gleichen Niveau sein, ist gar keine Frage, weil sie auch zudem viel grösser sind, die Länder, die uns umgeben, als wir. Also das war jetzt, muss man das ein bisschen ausdeutschen, darüber möchte ich sehr gerne mit Ihnen sprechen, also das ist die Beziehung zur Europäischen Union, wo Sie sagen, es geht nicht nur um technische Aspekte, in welcher Art wir partizipieren, sondern Sie würden dann ganz grundsätzlich sagen, je näher, dass wir uns dieser Union anschließen, desto schlechter wird unser Wettbewerbsvorteil? Ich weiß nicht, ob ich es so ausdrücken würde. Ich sage, in dem Moment, wo wir uns enger vereinen und abhängiger werden von all den Ländern um uns herum, werden wir automatisch, eine Frage der Zeit, wie diese Länder um uns herum. Ja, wir können dem nicht entweichen, sie werden unsere größten Handelspartner, sie werden bestimmen, was wir machen sollen, damit wir eben dann exportieren können an sie. Wir werden den Rest der Welt vernachlässigen und dafür, ja. Aha, wir werden den Rest, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja, wir werden automatisch, weil das um uns herum ist ja so einfacher, ist ja so näher und automatisch werden wir den Rest der Welt vernachlässigen. Und weil wir uns in Sicherheit wiegen, weil wir sagen, oh, das Nahe ist ja wunderbar und das kostet weniger und da können wir noch mehr verdienen und so weiter. Und ich glaube, ein krisischer Philosoph hat schon mal gesagt, wenn man für die Sicherheit Freiheit aufgibt, dann ist das ein sehr dummer Deal, das ist ein sehr dummes Geschäft, weil die Freiheit hat man dann verloren, wie immer. Ja, und ob man die Sicherheit kriegt, ist mehr als fraglich. Aber das ist eine interessante Analyse. Die Frage ist, wir sind so eng verbunden mit Europa, mit der Europäischen Union und es ist allgemein anerkannt und mit den bilateralen Verträgen auch institutionalisiert, dass das ein sehr gutes Geschäft ist. Und Sie sagen jetzt quasi, Achtung, Vorsicht, das kann, das ist eigentlich gefährlich, wir sollten uns viel mehr in andere Richtungen orientieren. Man muss das sehen mit offenen Augen und natürlich ist der Wirtschaftsverband der Europäischen Union, das ist eine feine Sache. Ja, obwohl mit zu viel Bürokratismus da reingekommen ist und alles muss bestimmt werden, alles muss irgendwie gleich sein und so weiter. Aber die Europäische Union versucht mehr und mehr politischen Einfluss zu nehmen mit ihren Handelspartnern, also mit den Nicht-Mitgliedern, bei den Mitgliedern sowieso. Aber auch bei den Nicht-Mitgliedern, die Handel mit ihnen betreiben. Und das sollten wir, solange wir unsere Unabhängigkeit bewahren wollen, sollten wir Abstand davon nehmen. Und am Schluss können wir uns fragen, ist unser Glück die Welt oder ist es die Europäische Union? Weshalb soll ich die Welt aufgeben, den Rest der Welt, nur um bei der Europäischen Union zu sein? Ist das wirklich eine gescheite Sache? Also die Engländer haben es, oder die Briten besser gesagt, haben diese Frage beantwortet und haben den Brexit durchgezogen. Es ist mindestens in kurzfristiger Sicht nicht eine besondere Erfolgsgeschichte. Das heisst, der Handel ist sehr, sehr schwierig geworden, alles ist sehr verworren im Moment. Es kam zusammen mit der ganzen Covid-Geschichte. Und dann der ganze Streit über den Hintergrund, die Pandemie über Impfstoffe und so weiter. Und es ist, ja, mir kommt es vor wie im Kindergarten. Und es ist schade, dass eine EU nicht in der Lage war, erstens mal zu erkennen, was auf uns zukam. Zweitens, zu erkennen, dass sie Impfstoffe finden müssen, dass sie Unternehmen, die Impfstoffe liefern, so schnell wie möglich an sich binden müssen. Drittens, dass das nicht umsonst geht. Vor allem, weil Amerika vorgemacht hat unter Trump noch. Er hat ja praktisch alle Impfstoffe aufgekauft damals. Und jetzt kann sich Biden wunderbar hinstellen und sagen, wir impfen 100 Millionen in den ersten 100 Tagen und so weiter. Ohne Trump hätte niemand Impfstoffe zu trüben gehabt, zum Beispiel. Trump war nicht so schlecht, wie er gerne machen wollte. Aber zurück zur EU. Im Gegenteil, die EU hat total versagt. Aber auf der ganzen Linie. Und sie ist führungslos in der EU. Die EU hat keine Führung. Sie ist ein Beamtenstaat, wo Spitzenbeamte mehr oder weniger Gesetze erlassen mit dem Nicken von Deutschland und Frankreich. Und weil Deutschland und Frankreich bestimmen so ungefähr, was läuft. Aber auch nicht direkt. Sie wollen keine Verantwortung für irgendwelche Gesetze, die dann durch die EU kommen, wollen sie nicht unbedingt übernehmen. Es gibt niemanden in der EU, der ja oder nein sagen kann, sozusagen. Und alles läuft dem Zeitgeist hinterher. Das heisst, die momentane Situation mit dem Brexit, dieser Kindergarten, nach denen Sie sagen, das ist nur eine sehr kurzfristige Betrachtung in Ihren Augen. Das heisst, in Größeren würden Sie sagen, wie würden Sie das werten, ein guter Entscheid? Die Brexit, erstens mal kam ja unerwartet. Man hat ja nicht damit gerechnet. Obwohl, die Politiker hätten ihre Wähler besser kennen sollen und hätten sie gewusst, dass das passiert. Zweitens war sehr schlecht vorbereitet. Und es wird dadurch einige Jahre dauern, bis Großbritannien sich arrangiert hat mit dem Rest der Welt. Aber sie sind den Weg gegangen, zu sagen, die Welt ist uns wichtiger als ein Handelsverbund, der uns aber auch politische Gesetze aufzwingen will durch den Europäischen Gerichtshof und so weiter. Und ich glaube, damit haben Sie recht, ja. Und wenn man das auf die Schweiz überträgt, das ist ja nun die aktuelle Frage. Wir sind in einer besseren Situation. Wir sind ja nicht in der EU. Das ist ja wunderbar. Ja klar, aber wir haben die Diskussion um den Rahmenvertrag. Und wenn ich Sie richtig interpretiere, sagen Sie, das dürfen wir niemals unterschreiben, weil das führt uns... Das ist keine Notwendigkeit. Ja, aber was ist die Alternative? Wir brauchen eine Alternative. Die Alternative ist, wir können mit dem Rest der Welt handeln, wie wir wollen, was uns immer gut getan hat, seit es die Schweiz industrialisiert wurde. Und wir können auch, weil wir in speziellen Industrien tätig sind, in speziellen Sachen herstellen, wo wir wenig Konkurrenz auf dem Weltmarkt haben, kann die EU sich nicht erlauben, mit uns nicht mehr zu handeln oder etwas. Das ist sowieso eine falsche Vorstellung. Wir zahlen ja schon jedes Jahr Milliarden an die EU für alle möglichen politischen Sachen, die uns keinen Nutzen bringen. Und wir unterstützen die EU. Es ist ein starkes politisches Begehren bei unseren Politikern in Wern, in diese Richtung zu gehen. Ja klar, also das ist offensichtlich. Aber es sind nicht nur die Politiker, es sind auch Branchen, die das wünschen. Die Elektrizitätsbranche möchte gerne ein Stromabkommen, die Medizinaltechnik möchte gerne die gleichen Standards. Die Forschung möchte gerne einen Forschungsaustausch mit der EU. Also es gibt da natürlich viele Argumente, die eigentlich anders aussehen, als Sie es jetzt darlegen. Ich glaube, da wird viel übertrieben und so dargestellt, dass ohne die EU nichts läuft. Und das bezweifle ich. Und auch in der Forschung mit vielen Professoren, mit denen ich geredet habe, darüber. Also der Austausch, der Studentenaustausch, das ist nicht unbedingt das. Wir können auch ohne dem leben und weiterhin eine beste Universität sein. Also davon kann es nicht abhängen. Es gibt, und das ist beabsichtigt natürlich, wird viel darüber geredet, wie wichtig das alles ist. Aber es wird von denjenigen propagiert, die daran interessiert sind, etwas Größerem beizutreten. Die Schweiz ist so stark geworden durch ihre Unabhängigkeit. Dadurch, dass sie bereit ist, dass die Bevölkerung bereit ist, besser zu arbeiten. Besser, so sagen, sich weniger staatsgläubig zu verhalten, als die Bevölkerung in vielen anderen Staaten. Und da müssen sie, jetzt ist es nicht abwärten gemeint, sie müssen nur die Zahlen vergleichen. Und in Deutschland sind jetzt, glaube ich, bald 45 Prozent des Haushalts ist für Soziales. Was alles darunter fällt, was der Staat zahlt. Nun, dann können sie sagen, so was, so was. Das Problem ist, wenn wir die Hälfte des Haushalts für etwas aufbringen, was nichts schafft mehr, einfach für alte Versprechen, für ein System, das wir aufgebaut haben, das eben so viel kostet. Dann sind sie mehr und mehr gebunden vom Staat her. Gewisse Steuern können sie nicht mehr senken, müssen sie sogar erhöhen, um das aufrechtzuerhalten. Die Wirtschaft wird auch unterleiten, weil der Wirtschaft Kapital entzogen wird. Und es geht automatisch, wird die Wirtschaft weniger wachsen in den Jahren, als sie anders wachsen würde. Und der Wohlstand wird effektiv sinken. Aber natürlich können sie heute das mit niemandem diskutieren, weil wir sind in einer Zeit der Gleichmacherei im Moment. Und Gleichmacherei ist, dass es eben viele gibt und vor allem in den Medien viele, die alles gleich machen wollen. Und sie hören ja immer die dummen Sprüche, die gibt es zwar schon immer. Und ja, die Millionär, die Milliardär, die müssen jetzt da drangenommen werden, die müssen alles bezahlen. Die zahlen sowieso schon die meisten Steuern. Und wir haben aber scheinbar alle, die das sagen, keine Mühe, dass sie sich noch mehr abhängig machen von den 10 Prozent, die die meisten Steuern zahlen. Das müssen wir etwas vertiefen, weil das wollte ich eigentlich mit dem Semisozialismus ein bisschen antönen. Also wir haben eine Entwicklung, ich möchte, dass Sie das noch ein bisschen erläutern, der Harmonisierung, also Steuerharmonisierung, alle sollen gleich sein. Das ist in Ihren Augen eigentlich eine nicht, wie soll ich sagen, wettbewerbliche Entwicklung. Nein, mein Wort war Gleichmacherei. Man will von oben herab und es wird argumentiert und philosophiert, dass einfach eine Umverteilung stattfindet. Dass diejenigen, die erfolgreich sind aus verschiedenen Umständen, will man noch mehr besteuern. Und noch, ja, will sich noch abhängiger praktisch, weil die anderen, die keine Steuern zahlen, machen sich noch mehr abhängig von denen. Und das kann allalong nicht funktionieren, weil irgendwann sagen die, ja, dann gehe ich woanders hin. Dann gehe ich in eine Stadt, wo meine Arbeit mehr geschätzt wird. Und das ist dann der Weg, wo man von dem Semisozialismus dann in den ganzen Sozialismus abrutscht. Und ich glaube nicht, dass Sie, falls wir schon in einem Semisozialismus sind, und wir einige argumentieren scheinbar. Also es ist auf die Staatsquote bezogen, nicht? Das alles, was wir abliefern, sind wahrscheinlich noch nicht 50 Prozent. Ja, wenn wir die Staatsquote sind, dann werden wir sowieso bald dort sein oder dahin gehen. Und die Frage, die Sie stellt, können wir dann noch zurück. Und ich glaube, in unserer Demokratie, in dem Moment, wo sie, sagen wir, weit über 30 Prozent der Wähler auf ihrer Seite haben, und auf der Staatsseite, und die vom Staat leben, ist es schwer bis unmöglich, das wieder umzudrehen. Und weil natürlich jemand, der nichts machen muss und vom Staat profitiert, sich sagt, unzufrieden ist mit dieser Situation, sagt sich, ja, soll ich das ändern? Und ich werde nur den wählen, der mir garantiert, dass das weiter so geht. Und das ist absolut logisches und logisches Verhalten von Menschen, das werden sie machen. Und da kommt das unzählige Wort, wir sind ja reich, wir sind ja eines der reichsten Länder. Und deshalb können wir jetzt alles verteilen. Und wenn ich etwas verteilt bekomme, ohne dass ich etwas dafür tun muss, dann ist das nicht gut. Weil dann sage ich, das ist gut für mich, also ich werde nur noch die wählen, die mir etwas umsonst geben. Sehen Sie denn also mit großer Sorge auf diese Entwicklung? Oder was würden Sie sagen, müsste sich ändern, damit man das kehren kann? Diese Entwicklungen sind Langzeitentwicklungen, die gehen nicht von heute auf morgen. Wir sind zwar schon einen ganz guten Schritt in diese Richtung gegangen, aber da kommt erst mal noch, ich glaube, das wird kommen, das bedingungslose Grundeinkommen, über das wir jetzt schon Jahrzehnte reden. Und sehen Sie, es wird einfach in diese Richtung weiterkommen. Diese ganze Pandemie hat natürlich dem Sozialismus sozusagen, Sozialismus in Anführungszeichen eher geholfen oder der linken Seite der Politik eher geholfen, weil sie Geld verteilen konnten. Wir müssen ja Sozialismus, wir müssen ja nicht über den Begriff streiten. Wir können auch von Umverteilung oder vom wachsenden Staat sprechen, spielt keine Rolle. Ich habe nur den Sozialismus verwendet, weil ich dann den Anfang mit der DDR anknüpfen wollte. Ja, aber eben während der Pandemie, es wurden ja Unmengen von Geld verteilt. Und erst mal in einem so großen Ausmaß, dass auch Menschen, die vorher eigentlich nicht etwas vom Staat wollten, sich sagen wollen, Moment mal, also wenn ich das bekomme, das ist eigentlich eine feine Sache. Und bevor irgendjemand sagt, Moment mal, das ist nicht gerecht verteilt worden, das ist richtig, das ist nicht gerecht verteilt worden, weil die Politik sich als Krisenmanager aufgespielt hat, aber keine Ahnung hat von Krisenmanagement, kann sie ja auch nicht und hat sie bisher nicht gemacht. Und was richtig gewesen wäre von der Politik, einen Krisenmanager anzustellen aus der Wirtschaft, der das Ganze leidet, das wäre das Cleverste gewesen. Also wir haben einen wachsenden Staat, wir haben extrem viele Schulden jetzt uns aufgebürdet, wir sind jetzt bei etwa 40 Milliarden und Sie sagen, so schnell wird sich das nicht ändern, dass dieser Trend kehrt. Was heisst das, wer bezahlt diese Schulden? Nun, das wird noch viele Jahrzehnte so weitergehen. Und sehen Sie Japan an. Japan hat inzwischen, glaube ich, 300 Prozent Staatsschulden von Sozialprodukten. Wir sind bei 60, 70 Prozent oder so. Aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Also Japan funktioniert irgendwie nicht schlecht. Es funktioniert, weil es eine hohe Sparquote hat. Aber es ist, weil auch die Leute unten einigermaßen sehr diszipliniert und bescheiden sind und jeder, der in Japan war, weiß das, es ist eine andere Kultur. Aber es kann rechnerisch nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren. Und irgendwann wird auch da das Vertrauen verloren gehen und dann haben wir das Problem. Was heisst das konkret? Also dann haben wir das Problem. Dann bricht das Wirtschaftssystem zusammen. Ja, das Wirtschaftssystem zusammen. Dann verlieren die Leute ihre Vermögen. Sie verlieren... Das Geld ist nichts mehr wert. Und was Japaner heute schon machen, weil Menschen wissen ja diese Sachen. Es gibt ja heute nichts mehr Geheimnis. Alles können Sie im Internet rausfinden. Japaner investieren sehr viel im Ausland. Und was Sie glauben im Moment stärkere Währungen oder wo Sie bessere Zinsen oder bessere Returns bekommen als zu Hause. Weil die Politik natürlich, die Nullzinspolitik in Japan, hat eben dazu geführt, dass alle Vermögen außer Landes gegangen sind. Gut, aber reden wir nochmals zum Schluss von der Schweiz, würde ich sagen. Was heisst das für die Schweiz? Die kosten ja nichts. Das ist ja das Verrückte, nicht? Die Schulden sind ja... Die Zinsen sind Null oder Negativ. Das heisst, es ist sehr bequem, Schulden zu machen. Aber muss das irgendwann jemand bezahlen? Ich glaube nicht, nein. Weil es wird, wir sehen es bei der EZB, sie sehen es bei der Federal Reserve Bank, sie sehen es bei uns. Die Zentralbanken finanzieren den Staat heutzutage. Sie kaufen, also die Papiere, die der Staat rausgibt, kaufen sie und halten sie. Und geben da Geld raus, das sie können nach dem Gesetz. Und die EZB macht das jetzt schon seit Jahren, seit vielen Jahren. Irgendwie monatlich 20 Milliarden oder irgend so etwas. Die Federal Reserve ist dazugekommen, die macht im Monat, glaube ich, 100 Milliarden oder 120 Milliarden. Darf ich die Frage nochmal so aufnehmen? Wofür das hin? Wann bricht das zusammen? Wie gesagt, Japan macht das jetzt schon Jahrzehnte. Und es funktioniert. Aber irgendjemand muss ja verlieren dabei. Alle diese Systeme brechen zusammen in dem Moment, wo das Vertrauen verloren wird. Und das können sie nicht im Voraussagen, wann das sein wird. Und das kommt unter Umständen durch irgendeinen äusseren Einfluss oder dadurch, dass in der Politik im Lande etwas passiert. Aber voraussagen können sie das nicht. Aber wer jetzt Vermögen hat beispielsweise, sie haben einiges, sie haben mehr als die anfängliche Millionen, die sie angepeilt hatten. Wie schützt man heute ein solches Vermögen? Wir können auch kleiner fahren. Wie schützt ein normaler Mittelständler das, was er hat, vor einem solchen Szenario? Das ist nicht einfach. Vor allem, da sie keinen Zins bekommen. Ja. Und eben da sie keinen Zins bekommen, das macht denjenigen, die etwas Vermögen haben, auch Angst. Weil sie sagen, Moment mal, ich kann also ohne großes Risiko eigentlich mein Geld nicht anlegen. Und weil sie müssen entweder Aktien kaufen und viele tun das. Weshalb sind die Aktienkurse seit Jahren jetzt praktisch nur noch hoch. Ab und zu immer mal mit Korrekturen und Unterbrechungen, weil irgendwas Neues kommt, was man erst neu evaluieren muss. Und Sie sehen es in Bitcoin, man weicht sogar auf etwas aus, was höchst fragwürdig ist, was viele überhaupt nicht verstehen. Bitcoin, das ist die ultimative Spekulation. Finden Sie? Ja. Ah, das ist interessant, weil wenn man schon sagt, dass die Währungen selber nicht mehr sicher sind, dann müsste man ja eigentlich sagen, wir haben eine neue Währung, eine Kryptowährung, und die ist sicher, weil die basiert auf einer sicheren Technologie. Ja, ist es eine Währung oder ist es etwas, wo wir dran glauben? Wir glauben an Bitcoin, weil eigentlich ist es eine Formel. Ja genau, es ist eine Zahlenreihe eigentlich. Eine Zahlenreihe und eine Formel. Und da, weil jemand, wer immer der Erfinder ist, gesagt hat, es gibt nur 21 Millionen Stück davon und es wäre doch besser als die normalen Währungen, wo man den Politikern nicht tragen kann und den Zentralbanken, weil die drucken einfach uns unendlich. Aber die Zentralbanken werden ja erstmal argumentieren und auch die Staaten und die Politiker, dass das ist die Währung unseres Landes und wir lassen uns dann nicht durch Bitcoin beeinflussen. Und deshalb steht Bitcoin etwas außerhalb der Währung. Bitcoin ist keine Währung. Bitcoin ist ein Glaube. Und solange genug Leute daran glauben und Bitcoin kaufen, ist alles wunderbar. Nur wenn der Glaube eines Tages verloren geht, und da gibt es einmal das Risiko, dass der Glaube verloren geht aus irgendeinem Grund. Zweitens, Bitcoin, wie wir wissen, ist eine Zahlenreihe oder eine Zahlenformel. Und alles, was heute im Internet ist, in Computers ist, mit Computers ausgerichtet wird oder konstruiert wird, kann genauso kaputt gemacht werden. Durch die Menschen, die sich heute, sind ja die besten Computerspezialisten, sind ja Hacker. Und die eben genau das Gegenteil machen von dem, was alle anderen haben wollen. Und Bitcoin wird eines Tages gehackt werden, da können Sie ganz sicher sein. Das heißt, Sie sind nicht in Bitcoin investiert, auch nicht in andere Kryptowährungen. Nein, aber aus anderen Gründen, weil Spekulation ist kein Problem mit mir. Wenn ich eine gute Spekulation sehe, dann freut mich das. Und das ist nicht das Problem. Bitcoin wird seit sie existiert von verschiedenen Firmen im Markt gehandelt. So ungefähr, wie wir den Eurobond-Markt in den 60er Jahren gehandelt haben. Das ist per Telefon und jede Firma hat ihr eigenes Buch und macht ihr eigene Kurse. Es ist ein Markt, der nicht angebracht ist, im Vergleich hinkt zu den Aktienmärkten, zu den Bond-Märkten, die wir heute haben, oder vor den Exchange-Märkten. Weil er ist undurchsichtig. Man weiß nicht, wer die Fäden zieht. Es gibt kein Clearing-System. Wenn Sie Bitcoin kaufen wollen, müssen Sie erst das Geld hinschicken und dann hoffen, dass Sie Ihre Bitcoin kriegen. Noch schlimmer ist, wenn Sie sie verkaufen wollen. Dann wird die verkauft und dann müssen Sie hoffen, dass Sie Ihr Geld kriegen. Und wenn Sie glauben, da es kein Clearing-System ist, ist das nicht so einfach. Okay, das ist ein sehr, sehr explizites und ein sehr, sehr hartes Urteil, wenn man sieht, dass der Bitcoin jetzt auf 60.000 Dollar ist und dass es ganze Branchen gibt, die da rumherum entstehen. Also Kryptowalley in Zug. Ja schon, aber der Markt wird beherrscht von zwei Händen voll Händlern in der ganzen Welt. Und Sie können beobachten am Wochenende, weil die handelt aber am Wochenende. Und am Wochenende ist wenig los und jedes Mal wird versucht, den Kurs dort hochzumachen. Da versuchen Sie den Kurs. Am Wochenende ist sie, letztes Wochenende ist sie über 60.000, da haben sie es auch gepusht. Dann ist sie gerade wieder runter, am Montag 55.000, 54.000 oder so. Durch die Einflussnahme von wenigen quasi. Es ist ja im Interesse der Händler, dass es weiter steigt und weiter steigt. Genauso die Margen zwischen Kauf und Verkauf bestimmen die Händler selbst und die sind groß. Aber man könnte jetzt ja auch sagen, das spricht jetzt der klassische Banker, der seine Karriere in der analogen Banking-Welt verbracht hat und der ist einfach nicht mehr up-to-date, was ich Ihnen eigentlich nicht unterstellen würde. Natürlich kann man das mir unterstellen. Aber ich glaube nicht, von dem, was ich über Bitcoin gesagt habe bisher schon, dass es Bitcoin hat, ist ein Spekulationsobjekt. Und ja, weshalb soll man da nicht drin spekulieren? Ich kann Ihnen genauso sagen, wenn man, und da gibt es Berechnungen, die sind bekannt, und man sagt, wohin kann Bitcoin gehen? Und man setzt Bitcoin mit Gold gleich, und wenn man den ganzen Goldbestand nimmt, der heute auf der Erde existiert, und mit dem Goldpreis pro Unser multipliziert, dann kommt bei Bitcoin, bei den 21 Millionen Bitcoin, kommt der Preis raus von ca. einer halben Million Dollar. Ja. Im Moment. Und also träumen Leute davon, sagen, ja, wenn es nur gleich wird, zieht mit Gold, geht es noch zehnmal höher, als es jetzt ist. Ja, genau. Und das kann es sein. Glaubt, er versetzt Berge. Solange genug Leute daran glauben, dann wird es passieren. Wir haben, was sich geändert hat, Bitcoin war ein Markt, wo Institutionen sich ferngehalten haben bisher. Aber in den letzten paar Monaten haben die ersten Institutionen angefangen zu kaufen, und der berühmte Elon Musk hat auch mal schnell für Tesla anderthalb Milliarden in Bitcoin investiert. Und seit er das bekannt gegeben hat, ist der Aktienkurs nur runtergegangen für Tesla. Und weil viele, die natürlich die Aktien haben, sagen sich, ja, Moment mal, deshalb muss der in Bitcoin rumspekulieren. Es ist pure Spekulation. Gut. Also, das ist ja doch eine deutliche Prognose. Und ich würde gerne damit langsam zum Schluss kommen. Lassen wir das mal so stehen. Wir haben hier ein schönes Setting vor einem Bücher gestellt. Ich habe noch einige ganz andere Fragen an Sie. Welche Bücher lesen Sie zurzeit? Lesen Sie Bücher? Ich lese Bücher abends, obwohl ich am meisten meine Tage verbringe ich zu viel am Computer. Und von morgens bis abends und mindestens acht Stunden und lese so viel über Finanzmärkte und was sonst in der Welt, über Politik und so weiter, was da passiert und was ich interessant finde. Und auch aus Interesse lese, um zu wissen, was ich tun muss, um zu überleben. Noch die paar Jahre. Oder meine Enkel oder meine Kinder. Und Bücher lese ich. Entweder muss es ein guter Krimi sein. Oder es muss ein guter philosophisches Buch sein. Das letzte war über die Massen, die Philosophie der Massen von einem französischen Schriftsteller im 19. Jahrhundert. Und das ist absolut fantastisch. Philosophie der Massen. Es zeigt genau, was heute effektiv passiert. Es passiert, damals haben wir kein Internet gekannt, damals waren nur Aufstände, Revolutionen und all so Sachen. Aber es passiert ja heute im Internet. Und wo sie, die Facebooks, die Google, schon eine, die üben ja eine Zensur aus inzwischen und werden von vielen anerkannt als der Arbiter, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Weil sie entscheiden das. Und muss ich das mal effektiv überlegen, in welcher Welt wir leben hier. Und Facebook entscheidet, was wir lesen dürfen, was wir nicht lesen dürfen. Und Google genauso. Und ist das die Welt in der Zukunft, in der wir sein wollen? Und sehen wir etwas weiter noch, was nach der Pandemie kommt. Und das ist ja, wie alle Grünen-Parteien jetzt schon andeuten, ist die Umstellung. Und wir wollen ja das Klima ändern. Wir geben uns ja nicht mehr zufrieden mit dem angeblich von Menschen gemachten schädlichen Klima. Sondern wir wollen jetzt ein von Menschen gemachtes gutes Klima schaffen. Und da passieren wieder Sachen, wo man sich fragen muss, nehmen Sie Deutschland, wo der Staat ein Elektroauto bis zu 9000 Euro subventioniert. Und wo wir auch wieder dem Zeitgeist hinterher rennen, anstatt wirklich uns mit der Wissenschaft beschäftigen, was ist der beste Weg, um ein besseres Klima zu haben in Zukunft. Und das ist so typisch, ich will gewählt werden und bin Politiker und da muss ich eben heute das sagen. Und es spielt keine Rolle, ob das das Richtige ist oder nicht. Gut, das wäre ein anderes Thema, das wir vertiefen müssten. Nein, nur in welche Richtung wir gehen in unserem Denken. Das ist angsterregend. Ja, von der Massenpsychologie her meinen Sie, wie? Ja, wenn Sie das Buch lesen, dann werden Sie sehen, dass es einfach ist, Leute, wenn Sie etwas Talent haben, ist es einfach, Leute zu beeinflussen. Also den Buchtitel bzw. den Autor, das liefern wir noch nach, wenn Ihnen das jetzt nicht in den Sinn kommt. Kein Problem, das ist völlig in Ordnung. Herr Grübel, ich würde sagen, machen wir hier einen Schluss. Ganz herzlichen Dank, dass Sie unser erster Gast waren hier beim Nebelspalter. Hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Es gibt noch so viel zu sagen und so viele Sachen. Vielleicht können wir das nochmal mehr machen, wenn Sie mehr etabliert sind. Schauen wir doch, es würde mich freuen. Also ich glaube auch, wir haben ein paar Sachen nur antönen können. Und sagen wir mal so, in der Zwischenzeit eine gute Zeit. Danke für den Lasten. Danke, Sie sind gut. Genau. Grüss. Danke, Sie sind gut. Untertitelung des ZDF, 2020